Es ist überhaupt erst das zweite Mal, dass wir hier spielen. Deshalb glaubt es ist schon angebracht, dass wir uns noch einmal vorstellen. Ich glaube, wir kennen es noch gar nicht so genau. Kommander Rechte aus den USA exiliert zu uns gekommen. Gott sei Dank, es ist Colonel Commander Sir Rick McFadden. Strictly Rhythm, Strictly Beauty, Strictly Bass, Jan Müller. Für eine Band wie uns kann es nur einen Schlagzeuger geben und es gibt nur einen Schlagzeuger wie diesen auf der Welt. Es ist Arne Zahn. Strictly Rhythm, Strictly Rhythm, Strictly Rhythm, Strictly Rhythm. Aber bei all unserer gerechtfertigten Euphorie vergesst bitte nicht, jetzt einen extra großen Applaus zu geben für die Menschen in unserer Mitte, unsere Texte, unser Poeter, unser Poeten, unser Schlaggitarristen. Feiert mit uns Dirk von Lotzau! Wow, wow, wow! Boss of Lotzau! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.